Erste Position. Färben aneinander. Fußspitzen zeigen nach außen. Wieder Spannung. Fuß raus, hinterher rein, zurück und zurück. Genau. Und jetzt geben wir die zweite. Fußbleib nach außen. Und absetzen. Lichtet euch schon mal auf, genau. Zweite Position. Komm mal zurück zur ersten. Zieh wieder zurück. Färben aneinander. Und raus zur zweiten. In die dritte Position gehen wir jetzt. Schau jetzt zum nächsten Mal. Schau jetzt an die Füße. Stell die Färbe an die Seite des linken Fuß. Genau. Das ist nicht so richtig. Du kannst auch aufprobieren. Und nochmal nach außen zur zweiten. Zurück in die erste. Ja, nochmal nach außen. Zweite Position. Dritte Position. Erste, andere. Und jetzt gehen wir in die vierte. Dafür lassen wir einen gleichen Schritt nach vorne. Nicht die große. Genau. Und absetzen. Dann gehen wir nochmal zurück. Geht am besten jetzt in die zweite. Und zurück zur ersten Position. Das war die Position. Jetzt zeige ich euch ein paar Schritte. Erste. Ich itchy uns so weit.